So, ich schalte mich mal hier mit dazu. Ich weiß gerade nicht, was die alle hier wollen. Sind die echt wegen dem Duften da? Und ich habe die Spikes jetzt fertig gebaut. Das heißt, sie machen Aua. Auch mir. Ich wollte es gerade ein bisschen losgehen. Noch Clay holen. Weil ich mir überlegt habe, ähm... Eventuell diese Foundations muss ich halt gucken, ob ich da unten dann, wenn ich ganz, ganz viel Zeit habe und Ressourcen habe, dass ich da auch noch was hinmache. Aber hier eventuell rumzuziehen, muss ich aber noch gucken, wie ich das mache und... Sag mal! Wollen wir einen Massaker? Ich sterbe dabei sicherlich. Was ist das? Oh Gott, habe ich den jetzt angekaut? Habe ich den Marienkäfer jetzt angehauen? Oh! Du gehst da einfach drüber, auch wenn du... Moment, ich muss kurz wieder heilen. Aber okay, wenn ich den Marienkäfer nicht angehauen habe, dann ist alles in Ordnung. Okay. Okay. Ich muss nur auf mein Leben achten. Und dass nicht irgendwas anders noch zwischen reinkommt. Und vor allem, dass kein Soldat hier kommt. Aber die machen nicht so viel Schaden, ne? Da habe ich gerade irgendeine Rüstung an, die ich sonst nicht an habe. Hey! Hey! Du hast bestimmt da... Da hat es Schaden gemacht, ne? Hi! Gehst du her? Oh nein! Die haben das Ding da kaputt gemacht. Da hat er mich jetzt erschrocken. Weißt du, hier geht es voll ab mit den Hier geht es voll ab mit den Ameisen und der Marienkäfer so freudig da dabei Hi Ich muss meinen Reparaturhammer machen Ich glaube, die haben jetzt einiges zermöbelt Moment Ich konnte den noch, glaube ich Also, ja Ich kann ihn, klar, aber Drei Rope und Quazit Die haben, glaube ich, einiges kaputt gehauen Äh, wie ging das jetzt nochmal Ähm Ah ja Brauche ich da was anderes? Nee Jetzt Die sind Und die auch Okay Okay Das war's. Ich weiß. Bei mir macht es nicht so viel aus. Hm. Hm, doch, Jens. Hunger? Winter? Winter? So. Da ist doch dieses Stinkwanze. Au. I know. Oh, ich hab nur noch... Nein, Moment. Ich wollte eigentlich Clay holen, ne? Hm. Eigentlich. Wenn das Wörtchen wendig wäre. Äh, was brauchen wir? Plantfiber? Ja. Äh, was brauchen wir? Ja. 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 Der eskalierte Untenschweder. Oh! Warte mal kurz. Warte, 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 warte. Ich bin auf dem Boden. Wanzenviech. Ich muss mal kurz gucken, wo der ist. Ja, ich weiß, ich bin dahin gekommen. Wo ist denn der? Da ist er noch nicht. Der ist bestimmt unter mir, oder? Da ist er noch nicht. Da ist er. Kommt der da durch? Der hängt doch da. Na super. Aber wenn der sein Stinkding macht, dann erwischt er mich auf jeden Fall. So ist auch okay. Wir bräuchten halt wirklich einen Schlag mit Wumms. Damit der in ein paar Dingen nicht wäre, ne? Oder wenn ich die andere, ähm, diesen anderen Hammer, oder was das war, da hätte, dann, äh... Da muss ich mal gucken, ob ich ihn stunnen kann. Ich lach gerade, weil dieses kleine, ähm, diese kleine Blattlaus da, die kam jetzt hergerannt, hat dieses riesen Ding gesehen und ist hochgesprungen und weg. Das sah jetzt so süß aus. Aber hier ist ne scheiß Platz, hier ist die Spinne. Zum Pfeile aufheben, meine ich. Wo ist die Spinne jetzt? Da hinten. Hm, jetzt kommt sie gerade. Äh, und noch Momento. Brrrr. Das Ding haut meine Pfeile weg. Wer, was, wo, warum ist da? Noch eine? Ach ne, ich Spinne. Na super. Wurde die jetzt halt angelockt? Ja. Da. Da. Ja. Da. Ja. Da. 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 Der hat ihn gegessen. Wie viel Pfeile habe ich noch. Außerdem ist mein Bogen gleich kaputt. Die Spinne da unten. Die tanzt dir was vor, während die andere stirbt. Das ist sehr schön. Voll konzentriert. Treffe ich die auch? Nee, die geht weg. Okay, Moment. Oh. Fühlt sich ja schon ein bisschen wie Cheaten an. Es gibt aber noch eine, oder? Ich glaube, es gibt noch eine. Geh mal vorsichtig runter. Ich lasse hier aber offen. Wahrscheinlich erschrecke ich mich gleich, wenn die andere kommt. Zu Tode. Ich gehe, glaube ich, jetzt erstmal zu den Spinnen. Hat die eine Spinne einfach. Mein Stinkbuck. Oh Gott, das ist eine Ameise. Hey, hörst du bitte auf, das ganze Zeug da durcheinander zu wühlen? Oh Gott. Oh Gott, ich höre was. Das war eine andere. Das war eine Spinne, oder? Ich habe Panik. Ich habe Panik. Ich höre doch was. Ich höre doch was. Hör auf damit. Du bist gespannt. Ich bin gespannt. Du bist nicht gut. Oh Gott. Ja. Ich hab dichbig schon. Ich bin﹑ verletzt. Ich kann nicht noch. Ich kann mich über die Fische. Ausgleichen noch nicht. hatte das einfach geklaut und verständheit hier ist nichts mehr das nur normaler stein und für bestimmtheit und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020